Sooo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell Conviction! Ja, wir waren stehen geblieben hier in unserem schönen Fahrstuhl und wir aktivieren ihn jetzt mal. Gott, der braucht man nicht mehr. Für Sam war Thoth Echelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger, als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran, es war ihm vorherbestimmt. Oh, jetzt kommt ein Abschnitt eines Levels, den ich hasse. Also nicht so hasse wie das andere Level, das Call of Duty Level. Sondern hier kann man leicht failen. Das sage ich auch schon vorher. Das gebe ich zu, dass ich hier oft faile. Aber diese Tusse, die da vorne sitzt, die kotzt mich so an, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr das spielt und immer failt und immer diese Oh, ihr seht's gleich, wenn ihr das immer und immer wieder hört. Das kann man auch nicht abbrechen oder so. Das ist keine Videosequenz. Boah, diese... Mega-Tittenfrau, ey. Nicht mal Mega-Titten. Okay, oh... Boah, wie ich mich ankotzt. Oh, wie man... Diese Stimme. Titten. Das Einzige, was da irgendwie interessant ist. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mister... Sam Fischer. Hab ihr mal gearbeitet? Ich hoffe, ich faile nicht. Ich faile nicht. Und wir haben auch keine sekundäre Wasser mehr. Ist auch ziemlich scheiße. Oh ja, schön. Es ist Erdbeben. Wir verstecken uns. 4, 3, 2, 1, 0. Die Sicherheitsführung wird gebrochen. So, wieder zu. Fuck. Oh. Oh. Fuck, das mein ich. Aber wieso, wieso, wieso war der so schnell wieder? Ach, scheiße. Ich werf einfach nur eine Granate, das... Geht dann auch. Spaß. Und jetzt wieder, oh ne. Junge Frau, mein Gott. Oh man, ja, ist gut jetzt. Ja, es ruft wieder jemand an. Oh, scheiße. Wartungsarbeiten, oh Gottchen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zur Zeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr.... Sam Fisher, hab ihr mal gearbeitet? Ja, 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 laber nicht, laber nicht, mach hinne. Sicherungserlarm, Hauptsturm ausgefallen, Notsturm verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. So warst du verdient. Und die auch noch. Wow, 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 wow. Oh Gott, ich dachte, ich hätte die erwischt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Adrenalin. Er war in einem Büro, beim Serverraum. Verstehe. Wow. Wir warten hier. Auf möglichen Feindkontakt vorbereiten. Ja, wir sind eh jetzt eingesperrt zwischen Sicherheitstüren. Guck mal, was das für Sicherheitstüren sind. Das ist einfach fast wie ein Rollladen, einfach. Naja. Aber wieso habe ich jetzt keine Sekundärwaffe? Das kotzt mich jetzt an. Ja, Serverbüro treffen. Herrlich. Ach Gott, das war knapp. Ja, nee. Oh, ich habe auch keine Markierung. Das ist schlecht. Also, ich bin jetzt nicht so ein Skillherr, weil ich nicht blind spiele. Und diese, diese, diese Dings habe ich, äh, das sieht, die sieht man auch, wenn man nicht blind spielt. Das muss ich wirklich sagen. Also, die habe ich doch selbst bemerkt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Zockstation, die, ähm, entdeckt hat, mir auch egal. Ich spiele so, wie ich will. Oh, neue Waffe. Sehr schön. Ähm, aber, die hat noch keinen Schalldämpfer. Die kann man nicht aufrüsten. Und da hat die einen Schalldämpfer. Oh, herrlich. Oh, fuck, was war das denn für ein Aim? Oh, Gott, das hat wie, äh. Fuck. Wenigstens hatten wir einen Safe Point. Oh, Gott. Bereich gesichert. Wieso hat der mich jetzt entdeckt? Der hat mich vorhin nicht entdeckt? Wieso hat der mich jetzt entdeckt? Ach, jetzt kann ich nicht da durchschießen. Logik pur. Logik pur. Bereich ist nicht sicher. Wir warten hier. Hier auf das Ziel. Deckung! Ob ich einen erwischt? Ja, wenigstens nein. Äh, oh ja. Ah. Oh, scheiße. Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt. Kommt eigentlich das Licht her von da. Wir warten nach Gegner. Das läuft echt, Mann. Wo kommt das Licht her? Das kotzt nicht, ich nehme mich ziemlich an. Halt! Hier sind was nicht. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Von dem Windows-Rechner nicht. Wir warten hier. Auf möglichen Feinkontakt vorbereiten. Oh, die sind da wahrscheinlich alle draußen. Mal sehen, was der Gegner als nächstes macht. Okay, die warten da alle auf mich. Mal sehen, was der ist. Oh. Crash. Oh, wieso kommen die jetzt auch noch von hinten? Wie? Oh, ja, natürlich. Natürlich, jetzt werde ich da rübergespawnt. Sicher. Oh, das ist so ein Fuck, ey. Oh, er hat einen Fischer gesichtet. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin schon fast. Hab ich dich. Oh, das war knapp. Ich bin schon über 10 Minuten, sehe ich gerade. Jetzt flaut's langsam auf meine Skiller. Ah! Ah! Er sieht mich! Ah! Was soll ich denn wissen, dass die da sind? Oh ja! Keine Spur von Fischer! Beeilung! Kontakt! Oh! 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 So. 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 Soll ich die Shotgun nehmen? Ne. Die ist zu unpräzise. So. Die Kameras kann ich ja jetzt ausknipsen, weil die keinen Alarm mehr auslösen. Ähm. Wo kommt dieser Spot her? Also der wird ja hier weniger, also muss er von da kommen. Ne. Der kommt hierher und dann kommt dieser Spot her. Wo kommt dieser Spot her? Der nervt mich gerade. Vom Kopierer nicht. Ah. Da hocken wahrscheinlich irgendwelche. Nein! Wieso nicht? So. Da. Haben mich die gekillt. Ah. Die sind da noch. Gehen wir mal da rein. Können wir nämlich hier ruhig gehen. Rieber... Moment. Ich dachte schon es wär ein Macbook. Aber es ist anscheinend irgendwie was. Wieso geht der nicht kaputt. Ah. Keine Spur von Fischer! Ich will nicht, dass er in unserem Gebäude rumläuft! Oh, das will keiner. Ich mach immer alles kaputt. So, springen wir mal hier. Und dann geh mal zu einer Partnerbörse, da hast du genug Kontakt. Äh... Vielleicht auch sexuellen Kontakt. Waaah! Das hab ich nicht ge... nicht ge... nicht ge... Bereich vor mir ist zu heiß! Halte Position! Ja, wo iss'n der, ey? Ich bin schon mal 13 Minuten... ne, 14 sogar. Ähm... Bereich ist zu heiß! Halte Position! Ja, ich glaub, ich muss hier gleich einen Schnitt machen. Oder ich mach wieder ne Doppelfolge. Ähm... Ich halte meine Position! Hm... Bereich vor mir nicht sicher! Halte ihn in der Position! Ja... Ich... nein... Ich... 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 ich such' diesen... Ich such' den letzten Gegner noch und dann... Was ist das auch hier? Ich... oh, ich hab noch 30... Oh, da ist er und da ist er und da ist er und wir killen ihn! Also ich sag schon mal tschüss! Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Splinter Cell Conviction! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Splinter Cell Conviction!